Der beste Kindersitz sollte nicht nur sicher sein, sondern auch den individuellen Anforderungen Ihres Kindes entsprechen. Um die Qualität von Kindersitzen verlässlich einschätzen zu können, bedarf es jedoch einige Fachkenntnisse. Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Kindersitze-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Ein weiterer Maxi-Cosy-Kindersitz hat es auf den sechsten Platz geschafft. Sie können Ihr Kind zwischen neun Monaten und zwölf Jahren sicher an diesem Kindersitz der Gruppe 1 bis 3 transportieren. Sie haben die Möglichkeit den Kindersitz mit oder ohne eSafety-Kissen zu bestellen und aus drei Farben die passende auszuwählen. Der Kindersitz wird per eSafix-Befestigung in Ihrem Auto an der Karosserie befestigt und ist somit sehr stabil, auch wenn das Kind nicht transportiert wird. Durch die verstellbare Rückenlehne und Kopfstütze kann der Kindersitz zu jeder Zeit an die Größe Ihres Kindes angepasst werden und dieses im Wachstum begleiten. Über einen 5-Punkte-Gurt können Sie das Kind im Sitz sichern. Für kleine Kinder ist ein zusätzliches Polster im Lieferumfang enthalten, welches dieses stabilisiert. Auf Nummer 4 Fünft platziert ist der Maxi-Kose-Kindersitz der Gruppe 2 und 3. Dieses Modell ist in Fahrtrichtung nutzbar und eignet sich für Kinder zwischen 15 und 36 kg, welches einem Alter von 3,5 bis 12 Jahren eignet. Der Kindersitz mit Isofix-Befestigung lässt sich an der Karosserie befestigen und ist somit besonders stabil. Die Verarbeitung dieses Modells ist sehr gut. Scharfe Kanten sind hier nicht vorhanden. Der Kindersitz ist so hergestellt, dass Sie den normalen Anschnallgurt zur Sicherung des Kindes nutzen können. Dies ist besonders schnell und einfach möglich. Sie haben hier die Möglichkeit den Kindersitz in verschiedenen Farben auszuwählen und somit die passende zu finden. Durch die flexibel einstellbaren Rücken- und Kopflinnen lässt sich der Kindersitz ideal an die Größe Ihres Kindes anpassen. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Der Kinderkraft-Kindersitz fürs Auto ist auf Platz 3. Dieser Kindersitz ist für 9 bis 36 kg schwere Kinder geeignet und wird mit einem zusätzlichen Polster für kleine Kinder geliefert, damit auch diese bequem sitzen können. Um den Kindersitz zu befestigen, haben Sie hier das 3-Punkte-Befestigungssystem, welches Sie in wirklich jedem Auto nutzen können. Der Kindersitz ist in verschiedenen Farben verfügbar und zudem in der Anschaffung sehr günstig, was sich in der Verarbeitung jedoch nicht bemerkbar macht. Sie können die Kopfstütze hier problemlos an Ihr Kind anpassen und somit sicherstellen, dass dies bequem und sicher sitzt. Über einen 5-Punkte-Gurt können Sie Ihr Kind hier anschnallen. Diese Variante ist besonders bequem und sicher. Der Kindersitz verfügt über einen Bezug, den Sie leicht waschen können. Bei Nummer 2 Der Zübe-Kindersitz hat es auf den zweiten Platz geschafft. Das Modell ist für Kinder mit einem Gewicht zwischen 9 und 36 kg geeignet, was einem Alter von etwa 9 Monaten bis 12 Jahren entspricht. Der Kindersitz wird in Fahrtrichtung angebracht und verfügt über einen Fangschutz, der in der Höhe an Ihr Kind angepasst werden kann. Sowohl die Kopfstütze, als auch die Seitenstützen sind in der Höhe vorstellbar, damit Ihr Kind hier bequem sitzen kann. Sie können aus einigen Farben die passende auswählen. Sehr praktisch ist, dass der Kindersitz sowohl über eine 3-Punkt-Sicherung, als auch eine Easy-Fix-Befestigung verfügt und somit wirklich für alle Automodelle geeignet ist. So müssen Sie sich beim Kauf eines neuen Autos keine Gedanken darüber machen. Qualitativ ist dieses Modell sehr hochwertig. Scharfe Kanten oder andere Gefahrenquellen gehen von diesem Kindersitz nicht aus. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Unser Testsieger ist der Britax Römer Kindersitz. Dieses Modell wird in Fahrtrichtung angebracht und verfügt über sehr gute gepolsterte Seitenlehnen, Rückenlehne und Kopfstütze. Durch die Isofix-Befestigung kann der Kindersitz an der Karosserie befestigt werden und ist somit besonders sicher. Das Modell eignet sich für Kinder zwischen 9 und 36 Kilogramm, was etwa einem Alter von 9 Monaten bis 12 Jahren entspricht. Damit der Kindersitz jederzeit bequem und sicher für Ihr Kind ist, können Sie diesen in der Höhe vorstellen und die Kopfstütze somit anpassen. Auch erwähnenswert ist, dass Sie hier eine große Auswahl an Farben haben und somit die passende für Ihr Kind auswählen können. Der Kindersitz verfügt über ein 5-Punkte-System zum Anschnallen des Kindes und sichert dies somit zuverlässig. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.